Guten Abend, kleiner Mann. Ich hoffe, dass du so glücklich bist, wie wir sind. Alles wird besser, jetzt dass wir in dieser kaltigen kleinen Stadt sind. Ähm. Hallo? Nicht schon wieder. Oh, I'm having the dream again. Okay, this is dreaming. What's happening? Ähm. Jesus, Jesus Christ. Oh, can we try the big silver one again? Ähm. Ähm. Macht ihr das gleich wie Papa jede Nacht? Nein, au. Schließt, Muskel. Boah. Das passiert Papa auch jede Nacht. Ähm. Nein. Boah. Mein Arsch bleibt jungfurt. Nein, nein, nein. Was soll das? Raus da. Och ne. Okay. Ist das dein erstes Mal probiert? Ja, das ist ein Schmerz. Aber das ist das, was du mit in einer remote kleinen Stadt leben möchtest. Zumindest müssen wir nicht mit dem Traffekt. Hey, du bist frei. Mann, du hast eine unglaubliche Kontrolle über deinen Scheiß. Mach mich auch los. Kannst deine neu erworbene Alien-Sonde zum Teleportieren verwenden? Tippe Q an, bis das Tool Alien-Sonde ausgewählt ist? Ne, ehrlich jetzt. Halt der F gedrückt, um die Sonde zu aktivieren und ziele mit der Maus auf die... Auf die... Kann ich da nicht rein? Ne. Wo muss ich hin? Geh auch nicht hin? Hier kann ich hin. Was? Einen Helm. Na, hi. Waffenangrafen fügen 10% mehr Schaden zu. Ah, geil. Anlegen. Kollege. Gesundheitsrank. Weißt du? Und ich hab mir gerade noch so gedacht so, ach, ich mach mal gleich eine Aufleihepause. Aber, ne. Hallo? Ähm. Was ist da drinne? Kann ich da jetzt reinigen? Kann ich da rein? Warte mal. Ähm. Alien-Sonde. Aber so. Tatsache. Nice. Tempotank. Gesundheitstank. 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 Oh, ne. Na, lecker. Komm ich hier weiter? Nö. Das war's. Ähm. Mal das Arschloch geöffnet. Hauptsache, Jesus. Okay. Ich will das Arschloch jetzt nicht befürworten. Aber. Warum das? Das ist ja. Äh. Warte mal. Kann ich das kaputt machen? Mit meinem Arschfurz. Nein. Kann ich das so kaputt machen? Auch nicht. Hä? Wie kann ich das? Hä? Ach, ich hab ne Idee. Pass mal auf. Und zwar. Ach nee, warte. Ich kann da gar nicht rein, ne? Ach, Leute. Das ist doch ein bisschen komplexer als ich dachte. Komm ich da rein? Nee. Gar nicht. Leider nein. Leider nein. Ich muss jetzt mal raus. Oh. 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 Ich komme wieder. Ich komme wieder. Ich komme wieder, Wendy. Äh. Halla. Halla. Na klar. Voll High-Technologie und sowas. Ich finde den Kontrollraum. Kann ich da durch? Nein. Warte. Oh. Pass mal auf. Nein, das will ich gar nicht. Und zwar. Ich will erstmal. Das da. Oh. Entschuldigung. Ja, ist gut. Was ist denn hier so schönes drin? Der Raum ist nur für mich gemacht. So. Ah, das sind Embryo-Dinge. Äh. Was ist hier? Und das sind die Kisten. Normales Eiscreme. Na klar. Aliens kommen auf die Erde um Eiscreme zu klauen. Glaube ich gleich. Ah. Hallo. Ist das Bildung? Wenn du das hörst. Ich habe mich auf irgendwelchen alienen Schiff genommen. Die Aliens machten nicht sprachbar Dinge zu meiner Rektor-Kavite. Aber ich habe frei gebrochen. Ich bin so Angst und alleine. Ich muss einen Weg nach diesem Schiff finden. Oh Gott. Sie kommen. Warum stand ich hier hier. Ich mache ein Audio-Lock. Ich habe nicht Zeit für das. Lass mich alleine. Nein, Alter. Oder so eine voll epische Geschichte erzählen. Wow. Warte mal. Kann ich? Ach. Aha. Okay. Und jetzt? Mikrochip. Das kann ich leider nicht machen. So. Oh. Das. Und jetzt? Was bringt das? Was für ein Geier bringt das? Okay. Ich habe Mikro-Stipp behalten. Und raus erst mal. So. Ich habe mich auch ein bisschen hungrig. Das ist glaube ich. Die müssen problematisch werden. Ich muss gleich notgedrungen. Wegen menschlichen Bedürfnissen. Und dass ich... Ja. Attacke. Attacke, attacke, attacke. Atacke, attacke, attacke. Ach. So ist das? Ich verstehe. Er liegt mit... 184. Jawun. Das ist doch wohl ein Wahheiz. So. Einmal genommen und betäubt... Das heißt... Was bringt das jetzt? du gehst auch ein schlag von meinen aber mal ganz ehrlich mit w oder am anfang die bis am anfang ja wohl war voll überpower oder will ich mir sein oder liegt von mir sagen wir mal ist mir weil ganz ehrlich das war ja wohl keine gegner meine feuer ja weltraum geld weltraum geld stärke trank zerstörte laserpistole und leuchtendes kristallstück das klingt zum ersten mal wertvoll rektal photoset das sieht genau wie das zu hause aus kann ich jetzt hier nein warte nicht den nicht den demnach kann ich nicht die leserkennung benutzen das ist die strahlenwaffe heilige mutter gottes trifft eine ganze reihe feinde ein perfekter angriff schwächt die schild um fünf na heiß okay kann ich hier was drauf machen pecken angriffen zehn prozent schaden zu du als eine pp perfekten angriffen das mit mp gefällt mir ganz gut widerheitlichkeitsschaden zu wer zehn prozent mehr schaden ab wenn du blockst will ich gar nicht angriff ignorieren so du als ein mp bei perfekten angriffen fügt bei perfekten angriffen 20 prozent widerlichkeitsschaden zu passen auf mich allerdings so mache jetzt kann man hier strategie denken und ich meine ja ziemlich voll ist ja warum mache ich das ja nicht die habe ich ja immer dabei so was macht das zimmer steckt ihr auch kommen auf so und zwar was habe ich hier drin mal kurz gucken du hast jede runde 1 mp das behalte ich das habe ich hier drin du willst eine pp in einen distanz angriff durchfühst das bei dich auch und was habe ich hier drin du willst eine pp in einen nahkampf angriff durchfühst okay wenn du geheilt wirst du als 2 mp wenn wir heiligkeitsschaden zu höchst sie ist das will ich nicht haben wenn ich jetzt eine ganze reihe damit zufüge dann sozusagen drei leute widerlichkeitsschaden zu fügen müsste ich rein logisch betrachtet 6 mp dazu bekommen testen wir mal aus ab in den kotor ok ok ich soll die älterne benutzen um was machen um die blauen jetzt darf und aktivieren ok habe ich doch hallo achso das geht ja nicht ganz ehrlich wenn wir so weitermachen ist mein arsch bald mehr wert als atombombe in sachen kriegsführung in elgenanzug du hältst ein schild der zweiter wird zu das kann das block naja was denn los hier da will ich nicht gerade lange wundern ich will nennen anzukommen das ändere ich mal kurz das muss mich hier raus aber so und beim vollen schluck auf beim elgenanzug kommt was hat hier mit dem mp einmal jeden runde in der p genau stehen lassen wir drin wir passen uns an die bis kapuze 2p wenn wir jetzt schon zu füchst das gefällt mir deswegen wir passen festvoll an ablegen so und die kommt denn hier an enden wo haben wir das hier da haben wir das einmal so so und mir gefällt jetzt meine frise leicht nicht nein nein ja oder das gefällt mir dann lassen wir so ich kann nicht ich kann mir nicht helfen an irgendetwas erinnert mich das so mein arsch ist bereit zum teleport wie mich hoch scott ich verstehe ach nee warte erst mal geht auf da also tempotrank benutzer also dass das denn nutzen leider nein würde ich sagen es war gerade ach jetzt ist geschenkt pass auf aber erstmal hier runter und hier ich finde es aber nice dass er hier wenigstens die tonbände hatte so soll ich unten weiter oder oben ich bin grad voll unschlüssig so weil pass auf ich mach erst mal den weiter nach da und den weiter nach da unten sieht es irgendwie weiß nicht zack erst mal ja hat er sich gerade gefreut ich würde gehen kollege okay kann weiter okay kann man gehen nein warte Zack Einmal gefurzt Und Komm her, ganz ruhig Ich muh die gleichen Ding Strahlmstode Na, heiß, Alter Ein Schuss weg ist er Hammermäßig Kann ich dich irgendwie ausrauben? Leider nicht Das war's eigentlich doof, wahrscheinlich Aber ganz ehrlich, wir haben so viel Geld Ich hoffe, das sage ich später auch noch Okay, aber pass auf Und zwar Muss ich Ach, ich hätte den Sucher reinigen können Ah, ich verstehe Hä? Hör mal auf hier Äh There I think I can Oh no, 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 that killed Switch it back, switch it back Warte, ich hab's nicht gesehen, Scheiße Nein Ich verstehe Entschuldigung, jetzt habe ich's Keep going, I think you're onto something Ich find's echt viel lustiger Wenn ich's verkacke Ich wusste, ich konnte dir trusten Keep it up Äh, ich bin still stuck Better try the other console Kann ich jetzt rein? Ich will da rein Oh, warte Aha Es läuft doch alles Alien Energiekristall Was macht der? Fügt beim perfekten Angebot 15 Schockscharen zu Ach, freundlich Voll ist voll Wasserbelangen, genau Kann ich hier weitermachen, eigentlich? Ja, Entschuldigung Mein Gott Einmal so Einmal so Malertrank, zerstörte Lesepistone Direktalfotoset Wie der von zu Hause Und weiter geht's Day 4 Ich habe alle gesehen, aber ich kann nichts finden, was zu essen Oder eine Kluge, um mich aus dem Schiff Nur mehr Audio-Logs Sie sind überall Für einen Grund Ich habe alle Minuten von ihnen gehört, ich habe alle von ihnen gehört, ich habe gedacht, dass es eine nutzvolle Information wäre, aber es ist wie, sie sind nur Filler Ein nutzvolles Filler Sie sind Filler, die mich zu verrückt Wenigstens ist ein Helg gerade in der Geschichte, der sich darüber amüsiert 9 9 10 15